äh mach kinderserien erraten warte mal von 1999 bis 2023 finde ich gut ja das gefällt mir doch doch der typ ist cool und er weiß was zählt und schnell ist aus der wilden und im american dragon ich hab die kann nie geschaut äh jesse oder ja jesse richtig geil aber serie habe ich wirklich kenne ich auch irgendwo aber mir fällt nichts dazu ein gumball okay ja ich hatte das irgendwann vor jahren ich glaube vor vier fünf jahren habe ich das mal angefangen gehabt aber war nichts warum kennt der jesse warum nicht äh 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 warte ja gut okay das habe ich verkackt ja äh äh ja das ist go wild das ist go wild ja banger serie äh elvin und die chipmunks trash unpopular opinion ich finde elvin und die chipmunks scheiße ich fand sie damals als Kind cool aber so länger ich drüber nachdenke umso beschissener werden sie und die serie die kinderserie dazu ist auch viel beschissener das ist rotze müll scheiße ich bin die chipmunks klickt euch ne ihr seid richtig scheiße hahaha wer das geguckt hat war ein Kind von der Zigarettenbahn auf geht's mein freund achso ja das wieder hier äh drachen 10 leichten fand ich cool childhood memory wird grad aktiviert wartet was passiert jetzt wartet childhood memory die gerade in meinem kopf aktiviert wurde es gab davon nen handy spiel digga oh mein gibt's das noch das habe ich 2015 gespielt oder so ja fand ich cool ja doch 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 die serie fand ich cool doch also klar die filme waren besser aber es war ja meist so das war mal ferientage bis die schule vorbei ach scheiße falsch gemacht aber das ist finis und ferb einer meiner absoluten all time favorites kenn ich auch kenn ich achso äh ich kenn's ich kenn's ich kenn's ich kenn's die serie mit dem jungen und dieser lilanen katze und dieser junge sam und cat ne nicht sam und cat ne das war ne andere serie äh ich meine ähm ihr wisst ganz genau mit der lila katze die immer sauer ist auf den jungen kleinen jungen guck gegen cats ja das ist das geil also äh äh bine maja ich weiß nicht keine ahnung kenn ich nicht Amphibia noch nie gehört das ist 2019 kam die serie raus aber die sieht cool aus die sieht cool aus mag ich das sieht so das gibt mir so ein bisschen Vibes von äh Gravity Forwards und ich liebe Gravity Forwards Gummibärenbande gutig und freundlich so tapfer und gläubig fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich Gummibären hüpfen hier und dort und überall das kenn ich wartet das ist äh die Pinguine aus Madagaskar geil hab ich gefeiert kenn ich kenn ich oh mein Gott Digga Nostalgie pur und wisst ihr was ich damals hatte wenn ihr das nicht auch hattet dann müsst ihr aus dem stream gehen hier ich hab's ne ältere Version von dem hier aber so in der Art äh Cusco ist Königsklasse bis zum Thron bis zum großen Erfolg doch er muss banger Serie die Filme legendär ja königliche Eleganz hat er voll und ganz naja es geht nur um mich voll und ganz genau er macht die Cusco Academy kenne ich nicht King Julian hatte noch ne doch ich glaube ja stimmt stimmt King Julian hatte noch ne eigene Serie ja fand ich ok ähm ähm äh Mickey Maus Wunder aus ja Mr. Bean Spongebob Spongebob kenne ich kenne ich kenne ich aber ich weiß den Namen nicht ok habe ich nie geguckt fand ich immer trash das ist ähm das ist ähm das ist äh Timmy hat den Bogen raus Timmy ist nicht dumm doch Mom und Dad und Vicky kommen an ihn herum Cosmon Wander Hey Cos Cosmon leaving this oh kenne ich nicht noch nie gehört um einen Gun zu nehmen Kiki Walker was ist das Camp Kiki Walker Hanging out with someone new then falling out of a camp dann ist das gewesen das war Fingertipps? ja ok ich muss auch sagen ich habe mehr Art Attack geguckt als Fingertipps so fertig euer Ding ja ok inspector Gadget und das ist die Neuauflage oder was? das da genau weil das an das Intro konnte ich mich noch erinnern aber an das alte nicht mehr Gravity Falls einer der besten Kinder Serien no cap zeitlos kann man sich in jedem Alter geben fertig aus und da diskutieren wir auch nicht jeder der was anderes sagt der ist der ist meinung ist komisch kenn ich? Tom und Jerry ne doch vielen Dank doch Tom und Jerry vielen Dank vielen Dank wie von dir dir gern grad zum Haus immer ja zeitlose Serie ne ich habe keine Ahnung aber ich call jetzt was und wenn das richtig ist ihr kennt doch aus dem Donald Duck Universum kennt ihr doch diese schwarze schwarze Gans oder Ente oder was weiß ich die so ein bisschen wie Batman ist wenn das das ist rast ich aus weil ich habe das nie geguckt ich kenne es nicht keine Ahnung was wenn das das ist wenn das das ist zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer spur ist der Fall auch schwer ein tip 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 ok ne ist es nicht es ist Chip und Chap hab ich nie geguckt ich dachte weil ich ich hatte irgendwie ein Gefühl dass es das ist weil so vom Alter Ja, Bob der Baumeister, Bob der Baumeister, früher cool, die Neuauflage, ich wollte schon vor drei Jahren aufhören, ne, wir hören jetzt auch.